Moin, ich bin Max. Ich mache ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur bei Stahlkamp und zusätzlich eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und ich zeige euch nun meinen Beruf. Ich habe mich für ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur entschieden, weil mir die fachübergreifende Anwendung von betriebswirtschaftlichen und technischen Aspekten sehr wichtig ist. Meine Entscheidung fiel dabei auf die Firma Stahlkamp, weil mir ein familiäres Arbeitsumfeld, anspruchsvolle Aufgaben und individuelle Aufgaben sehr wichtig sind. Das Aushängeschild des dualen Studiums bei Stahlkamp ist der sehr, sehr gute Praxisteoriebezug. Meine bisherige Ausbildungszeit bei der Firma Stahlkamp war super. Ich wurde schnell in allen Abteilungen aufgenommen. Wir Azubis arbeiten viel im Team, gerne und zusammen und es macht riesig Spaß. Ich hoffe, dass ich nach meinem abgeschlossenen dualen Studium bei der Firma Stahlkamp in einem Unternehmensbereich arbeite, dass das Unternehmen, die Kollegen und mich weiter voranbringt. Und alles in allem kann man sagen, Stahlkamp bort!